Hallo, ich bin Pascal, Entwässerungstechnologe bei der Firma Huber Umweltlogistik AG und jetzt zeige ich euch mal meinen Berufsalltag. Kommen Sie mit! Ich habe mich für die Lehre als Entwässerungstechnologe entschieden, weil es sehr abwechslungsreich ist und ich Kontakt mit Kunden habe. Jeden Tag stellt sich vor eine neue Herausforderung. Das macht es sehr interessant und wir arbeiten meistens immer draussen, bei jedem Wetter. Die Firma Huber ist ein Familienbetrieb. Es hat mir beim Schnupperen sehr gefallen und das Team war sehr hilfsbereit und nett. Dadurch habe ich mich dann dort beworben. Die Tätigkeit des Entwässerungstechnologe sind Wartung, Inspektion und Sanierung von Entwässerungsanlagen im privaten und öffentlichen Bereich. Somit leisten wir einen grossen Beitrag zum Erhalt der reibungslosen Funktion, Organisation und Schächte für unsere Zukunft. Mich freut, dass ich nach der Lehre bei der Firma Huber bleiben darf und werde im Anschluss nach der QV Lastfragenprüfung machen. Und in drei Jahren Lehrzeit bin ich immer unterstützt worden von der Firma Huber. So, das wäre es gewesen. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag gehabt, weil ich euch Interesse geweckt habe. Könnt ihr euch gerne bei uns bewerben, für eine Schnupperlehrer oder eine Lehrstelle. Auf jeden Fall. Ciao zusammen!